Untertitelung im Auftrag des ZDF Fertiii! Ist da die Chiefs-Besprechung oder was? Na? Die gemeinsame... Der nicht war King of the Hill? Da vorne läuft einer! Da vorne läuft einer auf der Straße! Ahoi dir! Jetzt fährst du mich um! Oh! Komm, Engadu! Mit der M320! Warum kann ich nicht aussteigen? Der ist links! Der ist links! Winter! Winter! Wär der nur Schrott! Hat der Healing Cats mit? Die sacke ich mir gleich ein! Was, will der hier landen? Halben Kilometer entfernen? Natürlich nicht! Der hat mal scheiß Granaten mit! Der ist super. Ich habe ihn mit unserem dumbest Giffen. Über deinem Eiwelle. Der ist der Schuss! Der ist der Schuss! Der ist der Schuss! Der ist der Schuss! Der schuss. Der ist der Schuss! ja ich bin ausgeschickt, bin schon tot LW8 ich auch auf mir, auf mir weise und wo wurdet ihr denn abgeknallt, von oben? die positionieren sich so, dass sie auf die Treppe linken können was zeiten wir für eine Fraktion? Widerstand das sind die Grünen bleibt da, hier kommen drei von uns wir sehen es passt nur auf, die werden wahrscheinlich irgendwo in den Häusern sein auf der Seite, aber es liegt vom Ifrit da Richtung Norden, da ist der jetzt ist einer mit einem 320 oder Lynns und einer mit einem Schnellfeuer auf der Seite Teufel? ja wie heißt das Lied? äh, gute Frage wenn unser Verbrechen ist ist der Playlist rein? ich fühle mich nicht auswendig ich sehe einen in den Fenster ja ich hab ihn, Lucien juhuuu und ich revive hier gleich den ersten aber ich muss noch gucken ob es sauber ist glaub ich weniger dass du hier jemand lemantic reviven kannst gleich BAM meine Sorge glaub an das Gute tue ich nicht wofür scheiße ich hörst das also ich drücke F ey du schaffst das gleich warum nein nicht mal ich renne dann direkt weiter und dann vor mir weiter ich den nächsten und dann die Delis da abstürzen lassen gut da will ich da helfen helfen liegt noch hinterm Öffeld ja 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 ich komm zu dir oder machst du das dann geb ich Deckung ist er zu wo ist der nächste im Fenster? ja das müssen wir mal zusammen zusammenflicken und da fällt was und aah verstecken die sich hinter Fenster guck mal da ist eine Chrissy das mit dem D-Körbchen wird auch nichts mehr Sven da ist noch eine andere Frau auf der Map auf der Map das ist eine Chrissy oh Gott rennen wir hoch oder was machen wir? hm? Leute hoch? laufen? gehen? ja nehmt den Turm ein okay dann ich will erstmal her warte ich loote ich loote ich loote geht hier hoch hm hm ich will nicht die am 420 wist 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 aufgehört ne bi alles wurde alles gut willkommen von oben eh Dr Boah, Sniper ist dauernd. Äh, im Haus gegenüber von dir ist noch einer. Scheiße. Die Türen hier oben sind zu, den können wir da warten, den Gegner vielleicht hinten. Marcel, der kommt zu dir, Vorsicht, der kommt zu dir. Zwei Stück. Einer vorne, einer hinten rein. Wir können jetzt gleich die Treppe hoch. Ja, ja, ich hab sie gesehen. Ja, und ich hab mich unten auf den Hof gelegt, vor der Taub. Boah, oben ist einer. Ich komm runter und helf dir. Hä? Da war noch ein... Der Türen, pass auf, da oben ist noch einer mit dem Ghillieanzug. Okay. Zwei. Einer noch mit dem Raketenwerfer. Ganz oben. Pass auf.